Willkommen zu der nächsten Folge von Monster Hunter World. Was machen wir heute? Heute habe ich mir gedacht, weil Lunastra gekommen ist und am 21. Dezember Behemoth kommt, schauen wir mal, dass wir Lunastra aus dem Bild rauskriegen. Und dann können wir uns in aller Ruhe dann, wenn Behemoth rausgekommen ist, auf den Behemoth konzentrieren. Heißt also, sprechen wir mal... Ich glaube, die Mission sollte einfach drin sein. Also, im Katalog drin sein. Können wir uns bitte weitermachen? Ich hätte noch andere Sachen zu tun. Festmahl im erdenen Saal. Bereit machen. Besondere Aufgaben. Pandora's Arena. Warum hat das Ding immer noch ein Luftzeichen? Egal. Pandora's Arena. Jägerrang 16 oder höher. Zeitablauf oder dreimal umrichtig werden, verlieren wir. Und los geht's. Äh, was soll's. Essen kann ich dort eh auch. Wie schaut's mit meinen Ausrüstungssachen aus? Äh, das muss ich mal nachfüllen gehen. Also, Objekte verwalten. Drachenhilfe, das nehmen wir einfach. Weil in der Arena möchte ich kein Viech fangen. Aufbrechen! Unerschrockene Forscher. In der Kommission gibt es Forscher, die sich in den diversen Gebieten aufhalten. Das ist beunruhigend, um es milder auszudrücken. Nehmt euch in Acht. Oh, okay. Okay. Angevruhe Verteidigung hoch. Da ist bis 50. Ich verstehe jetzt mit meinen anderen Sachen. 120. Lock, schlock, 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 schlock. 535 ist okay. Hopp. Und weiter geht's. Der Kopf hat immer noch so leckerig aus. Hinten schnarcht und ist tot. Er schnarcht. Tja. Der Gigante hat das Glück geküttet. Und da kommt seine Frau. Blu-Ostra. Kein Problem. Ich hab mich gesehen. Die Ostra war auch. Au, 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 au. So, bitte nicht sprengen, bitte nicht sprengen, bitte nicht sprengen. Jetzt kannst du sprengen. Vorher war noch ein Kettetrank trinken. Nichts sicher halt. Ich fühle mich das Notzeichen interessieren. Hör auf. Ich hab mich von. Ich hab mich von diesen. So, fort. Hammer blood sieben. Gib mir was hin. Locking. Und... Geräusche. Und zurück. Geben wir deinen Schwanz, das ihn piksen kann. Oh Gott, ich steig jetzt noch gar nicht. Au, okay. Ich merke den Wink mit dem Zaunfall, okay. Au, oh toll, ich will, ich will spielen. Oh, das wird gut. Hier steht grad so ziemlich alles in Flammen, was in Flammen stehen kann. Das wollte ich zwar genau verhindern, aber okay. Ja, springen wir wieder runter, bitte. Sehr gut. Komm, Herrera. Hoch das Söckchen. Die Sicht kann ich immer noch panieren. Komm, Herrera. Zwar nicht, dass es ich wollte, aber was soll's. Also okay. Oh, ich stecke wieder in Flamme. Au. Ja, sicherlich irgendwie gar nicht 16-Fuch-Kreppieren. Mir egal, wer im Verstand hat. Drachen-Elf ist, du bist oder nicht. Ähm, ist er hier wieder? Autsch. Na ja, plan. Kannst du noch kurz in die Mitte locken, das Fisch? Ja. Komm in die Höhe. Nicht! Zu mir! Au. Das ist doch ernsthaft nicht voll. Au. Autsch. Und ich bin oben drauf noch. Gott verdammt nochmal. Das war's. Komm, Herrera. Au. Cooler Ruf. Alter. Alter! Newer. Dez F hySí. Oh, großer, das ist schon wieder angepisst, die typische Frau, könnte man sagen, komm her, die Hitbox, also die Hitbox von dir ist Bullshit, bin ehrlich, kann ich jetzt ganz kurz, ganz kurz was trinken, dankeschön, oh, fuck off mate, oh, 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 so, jetzt wirklich kurz mal den, ist das dein Pferd, verdammter Ernst, Lunastra, so, jetzt kannst du herkommen, so, Lunastra, ich steh, ich hab den Eistrank drinnen, oh, 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 oh,